Herzlich Willkommen zum 178. TowerCast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Yeah, so, also wir haben die 177 übersprungen, weil wir haben jetzt zwei neue Leute im TowerCast-Team, können wir sagen. Die haben Podcast Nummer 177 aufgenommen. Da ging es um Yoshis Island. Der Podcast kam letzte Woche Sonntag heraus. Ja, der Podcast kam wirklich sehr gut an. Wirklich danke, dass ihr da auch wirklich den Podcast kommentiert habt. Beziehungsweise also auf YouTube und auf ntau.de gab es ja einige Kommentare. Und die Jungs haben auf jeden Fall schon eine weitere Folge aufgenommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche Sonntag drauf freuen. Nummer Show als kleiner Teaser. So Felix, aber wir wollen mal ganz kurz nochmal ein bisschen über den Pokémon-Podcast reden. Genau, also wir greifen die Kommentare von unseren Folgen auf, nicht nur den Folgen. Genau, das müssen die machen. Genau, das ist denen, ihr Bier. Genau, und unter unserem Podcast hat der Mamagotchi kommentiert. Kurz nochmal vor dem Hintergrund, wir haben ja dieses neue Pokémon-Spiel Karmessin und Purpur, also die beiden Versionen, haben wir uns genauer angeschaut. Wir haben uns ein bisschen kritischer darüber geredet, weil es halt jetzt schon wieder ein neues Pokémon-Spiel ist, das halt irgendwie gefühlt keinen größeren Sprung nach vorne macht. Vor allem grafisch nicht. Und wir einfach das Gefühl haben, dass Game Freak aktuell einfach so ein bisschen, dadurch, dass sie so einen hohen Spielerhythmus haben, auf der Stelle tritt. Und Mamagotchi hat aber da einen, finde ich, sehr, sehr guten Kommentar dazu abgeliefert und er meint halt, dass man schon anmerkt, dass sich Game Freak kontinuierlich immer weiterentwickelt von Spiel zu Spiel. Also es gab dann, erst gab es diese Naturzone in Schwert und Schild, wenn du dich erinnerst. Dann hatten wir jetzt den nächsten Schritt, dieses Monster-Hunter-Gameplay in Pokémon Legends Arceus. Und jetzt kriegen wir quasi als wieder nächsten Schritt, er schreibt, jetzt ist quasi die Engine so weit ausgebaut oder die Kenntnisse mit der Engine sind schon so weit, dass sie jetzt den nächsten Schritt machen können und auf eine komplette Open World gehen können. Also er sieht schon, dass da immer wieder kleine Fortschritte gemacht werden. Die sind natürlich nicht so groß, wie wir uns das wünschen würden. Aber wenn er das jetzt so gerade aufführt, gerade wie sich jetzt die Open World in den letzten Pokémon-Spielen entwickelt hat, dann, finde ich, kann man da schon ganz gut sehen, wie sich Game Freak langsam macht. Aber sicher weiterentwickelt. Das Problem ist halt, gefühlt die Schritte, die Game Freak aktuell macht, die sind halt, keine Ahnung, die wären vor 15 Jahren vielleicht mal ganz aktuell gewesen. Also mit einer Open World zu experimentieren. Ich meine, 2007 haben wir Assassin's Creed gespielt. Ja, also das ist schon irgendwie eine ... Und jetzt haben wir halt 15 Jahre später. Es ist halt jetzt nichts Berauschendes. Aber, mein Gott, ich finde, solange die Pokémon-Spiele, und das können wir ja, denke ich, schon sagen, eine gewisse Qualität halten. Und der Qualitätsstandard der Pokémon-Spiele, der ist ja jetzt nicht so niedrig. Also ganz, ganz viele Leute haben ja Spaß damit. Solange dieser Qualitätsstandard von Version zu Version gehalten wird, kann man, denke ich, auch mit kleineren Schritten leben. Aber ich finde schon, dass es nach wie vor Game Freak gut tun würde, wenn sie jetzt einfach mal ein, zwei Jahre Pause machen würden, um dann eben wirklich einen größeren Schritt nach vorne zu machen, als immer diese Mini-Schritte und dafür eben einen halbjährlichen Release-Zyklus einzuhalten. Das ist ja fast schon so. Also, ich bin da durchaus geteilter Meinung, kann aber den Kommentar von Namagotchi, gerade wenn er es jetzt so aufführt, durchaus nachvollziehen. Und ja, also, danke auf jeden Fall für den Kommentar und mir auf jeden Fall nochmal so eine andere Perspektive auf das gegeben, was wir bekommen haben. Weil für mich war es halt wirklich gefühlt so, ich habe den Trailer gesehen und er hat auch selber geschrieben, seiner Meinung nach war der Trailer totaler Käse. Also er musste erst im Nachhinein auf der Pokémon-Website sich schlau machen, was denn jetzt überhaupt neu ist und was nicht. Ja, aber es ist halt auf jeden Fall schon ein kleiner, aber trotzdem ein, es ist ein Schritt nach vorne und ja, das können wir schon so sehen lassen. Also, Game Freak, es ist nicht alles schlecht, aber es wäre schön, wenn ihr euch mal mehr Zeit lassen könntet für einen wirklich größeren Schritt. Ja, auf YouTube gab es auch einen Kommentar von AncryNerd, er hat geschrieben, der Trailer tut grafisch weh, allein die Windmühlen hängen richtig, die Texturen sind Horror, Masse statt Klasse. Ja, da muss ich sagen, klar, wenn man sich auch mal die Screenshots sich angeguckt hat, gerade wo man dann die Burg im Hintergrund sieht und die Schlösser, äh, die Schlösser, äh, die Bäume, die Burg und genau die Bäume, da sieht das Gameplay schon echt, boah, übel aus. Also, klar, es sieht ein bisschen bunter als Pokémon-Legenden-Aceus aus, aber, ja, also, Masse statt Klasse, das ist wirklich so, wie es momentan ist, das hast du ja auch vorhin gesagt, wir sind ja halbjährig der Zeit. Also, ich denke mal auch, das wird auch, also, ich denke mal nach Pokémon Kami-Szenen und Purpur werden wir sicherlich wieder ein Jahr lang warten müssen auf DLC. Ich denke auch nicht, dass es eine dritte Edition überhaupt mehr geben wird, ich denke mal, es wird wieder wie bei Schwert und Schilds so ein DLC geben, wahrscheinlich mit einer neuen Umgebung, mit einer annektierten Insel, keine Ahnung. Und, ja, das war's eigentlich und ich hoffe dann mal, dass man bei Gamefreak dann sagt, oder ich denke mal, es wird auch soweit kommen, dass man sagt, okay, wir warten jetzt auf den Switch-Nachfolger ab und die haben wahrscheinlich auch schon das Dev-Kit, weil ich denke mal, Gamefreak ist so eine der ersten Studios, die bereits sehr früh ein Dev-Kit kriegen wird von Nintendo und dann werden sie sicherlich dann für die nächste Konsolengeneration ein neues Pokémon-Spiel entwickeln, sofern es natürlich eine Hybrid-Konsole wird, obwohl, da haben sie ja eigentlich auch keine Möglichkeiten mehr, weil es gibt ja kein Handheld mehr, aber gut. Ja, korrekt, ja. Also, sie können ja sich mittlerweile wirklich auch nur auf eine Hardware konzentrieren, so wie es halt auch bei Nintendo intern der Fall ist und ich meine, vorher haben sie es ja theoretisch auch gemacht, da waren sie halt immer mobil unterwegs. Ja. Es gab zwar Ableger für die Konsolen, aber das waren ja jetzt keine richtig großen Pokémon-Spiele, sondern meistens war es irgendwie so ein Battle-Arena-Fighting-Game oder sowas. Ja. Obwohl ich Pokémon Tekken ziemlich geil fand, muss ich sagen. Also, ich habe das wirklich damals abgefeiert. Das war cool, ja. Und das sah auch grafisch wirklich gut aus. Also, manchmal, genauso wie jetzt bei Pokémon Snap, da ist die Grafik wirklich sehr gelungen gewesen, aber diese großen Spiele, die hängen halt irgendwie noch hinterher und wirken halt so ein bisschen aus der Zeit genommen, so aktuell. Ja. Fun Fact, damals wurde ich zum Presse-Event zu Nintendo of Europe eingeladen, zu Pokémon Tekken für die Wii U damals und da haben wir ein kleines Turnier gemacht und da waren, da war auch ziemlich, ja, journalistische Größen, sage ich mal, dabei, die auch bei Super Smash Bros. auch sehr gut sind und auch bei Turnieren, also wirklich auch viele Turniere gewonnen haben und ich kam bis ins Finale. Uh, sehr gut. Ja, war schon geil. Und dann habe ich gegen Österreich verloren. Got a Red percent, wie es das schön heißt. Ja, dann wurde ich nur Zweiter. Aber der Preis für den zweiten Platz war cooler als für den ersten. Ich habe so ein Mario-Regenschirm bekommen, das war cool. Ja. Nur so kurz eine kleine Anekdote. Sehr gut. Gut. So, Dennis, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, weil ich bin sehr gespannt, wie wir darüber reden. Ja, wir behandeln heute den Mario Kart, also quasi erste Welle vom Mario Kart 8 Deluxe Strecken Booster Pass. Ja, lasst euch boostern und Mario Kart könnt ihr auch euch boostern, denn alle, die Nintendo Switch Online Plus Erwanderungspaket haben, also abonniert haben, könnt ihr euch diesen DLC für Mario Kart 8 Deluxe, ja, gratis herunterladen. Habe ich auch getan. Tut nicht weh, ist cool. Und ich muss zugeben, Felix, du hast bestimmt die Strecken schon rauf und runter gespielt. Ich habe bis jetzt die Strecken allesamt nur zweimal gespielt. Ja, also ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt in letzter Zeit. Ich kann ja dazu sagen, ich bin ja gerade mitten im Umzug. Ich war jetzt, wir nehmen das jetzt heute schon am 27. März auf, also heute ist schon Sonntag. Ich war jetzt am Freitag, bin ich in meine neue Wohnung gefahren. Da musste ich um 4 Uhr morgens aufstehen, kam dann abends nach Hause, bin aber dann nicht direkt nach Hause gefahren, sondern musste erst noch den Transporter abholen. Ich habe so einen Sprinter mir gemietet, um dann wiederum gestern wieder nach unten zu fahren und da dann weiter aufzubauen. Also ich kann schon mal sagen, der Fernseher hängt an der Wand und das Lowboard drunter, das haben wir auch schon aufgeschraubt. Aber es ist jetzt noch nicht bewohnbar. Also es fehlen noch viele Möbel und nächsten Dienstag geht es dann quasi weiter. Jetzt habe ich quasi zwei Tage. Ja, wie sieht es mit deinem Bett aus, was du im letzten Podcast erwähnt hattest? Ja, es ist sehr positiv die Nachricht gewesen. Also ich gehe jetzt am Dienstag wieder runter. Also ich wohne jetzt im Allgäu, deswegen sage ich immer runter, weil es halt ganz unten im Süden ist in Deutschland. Da bekomme ich dann am Dienstag schon mein Sofa und das Sofa, das ist groß genug, dass ich da auch drauf schlafen kann. Allerdings früher als erwartet, schon am Donnerstag wird dann auch das Bett geliefert. Das heißt, da gibt es relativ, für mich zumindest eine Entwarnung, weil ich habe schon gedacht, jetzt muss ich wochenlang auf dem Sofa schlafen. Weil es hieß erst, es kommt dann erst Mitte April und so und da habe ich mich schon drüber geärgert, weil ich habe eigentlich das Bett vor allem deswegen bestellt, weil es halt pünktlich da gewesen wäre. Und jetzt die zwei Tage, die halte ich auch auf dem Sofa aus. Es ist halt, es kommt noch sehr viel. Also es kommt, am Dienstag kommen Schreibtisch, Tisch, Sofa, Schränke noch, also Kleiderschrank, solche Dinge. Es wird auf jeden Fall sehr anstrengend und ich hoffe, dass das Ding ist, man konnte auf der Website nicht auswählen, dass alles aufgebaut wird, sondern nur bei den großen Möbeln gab es die Option, dass man es aufbauen lässt, ja. Und gerade bei so Dingen wie einem riesigen Kleiderschrank, da ist es mir die 109 Euro oder was das kostet, hat den Aufbau wert, weil ich würde da ewig dran sitzen. Und bei den kleineren Sachen gab es eben diese Option nicht. Jetzt hoffe ich aber, wenn die da alle auftauchen und mir schon einen Schrank aufbauen und so, dass die auch bitte noch, keine Ahnung, den Nachttisch oder sowas noch mit aufbauen, dass ich da nicht drauf sitzen bleibe. Ich muss die auch irgendwie bestechen, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache Pizzabrötchen oder sowas. Ich muss die irgendwie hier halten bei mir in der Wohnung, dass die auch den Rest aufbauen. Ja, weil ich bin da jetzt nicht so der Begabteste. Also ich kriege es schon aufgebaut, aber ich brauche halt dafür bestimmt doppelt so lange als die oder noch länger. Allein schon, weil ich auch nicht das Werkzeug habe, was die da dann haben. Okay. Und ja, also ich wäre schon sehr dankbar, wenn die das dann aufbauen und ich dann nur noch wenig selber mache. Aber es gibt nichts Besseres, als etwas selber aufzubauen und sich dann gut dabei zu fühlen. Das mag ich ja persönlich. Ich liebe es total, die Sachen aufzubauen. Und dann, wenn dann wirklich alles auch geklappt hat und nicht, weil die Anleitung mangelhaft war, ist schon ein gutes Gefühl. Zweifelsohne. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man das dann selber aufgebaut hat. Aber der Abfuck, wenn ich einen riesigen Kleiderschrank selber aufbauen muss. Das stimmt schon. Also ich finde, ein CD-Regal oder sowas, das kann man ja noch okay selber machen. Aber wenn es wirklich so ein überdimensionaler Kleiderschrank ist, wo ich ja nicht mal nach oben komme. Also ich weiß nicht, wie ich dann quasi die Decke auf den Kleiderschrank hätte draufsetzen sollen und solche Geschichten. Da war ich dann schon froh, dass ich da auswählen konnte. Ja, okay, da bauen sie es mir auf. Jetzt ist halt meine Hoffnung, wie viel vom Rest bauen sie auf, wo ich es nicht extra auswählen konnte, dass sie es aufbauen. Aber ja, schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt mal über die einzelnen Strecken von den zwei Cups. Wir müssen jetzt ja nicht stundenlang über die Strecken reden. Ich würde auch mal sagen, wir fangen mal mit dem Goldenen Turbo Cup an. Das ist ja der erste Cup mit einem goldenen Pilz, mit einer Krone drauf. Sehr ansehnlich. Und da gibt es ja vier Strecken. Also überall gibt es vier Strecken. Einmal der Paris-Parcours aus Mario Kart Tour. Dann Toad's Piste vom Nintendo 3DS. Dann Schoko-Sumpf von Mario Kart 64. Und Kokos Promenade von der Wii-Version von Mario Kart Wii. So, reden wir mal über Paris-Parcours. Und ich denke mal, du hast... Mario Kart Tour-Strecke. Ja, du hast Mario Kart Tour, glaube ich, nicht gespielt, oder? Also ich habe es ja schon gespielt, so die ersten Wochen. Und ich glaube, da war auch schon die Paris-Strecke mal mit dabei. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich im Vorfeld des DLCs die Strecken von Mario Kart Tour hätte in- und auswendig nachspielen können. Also ich habe es wirklich sehr casual gespielt damals. Deswegen waren für mich die Strecken eigentlich neu. Also wir kommen ja noch später auf zwei weitere Strecken aus Mario Kart Tour zu sprechen. Und man muss ja schon sagen, sie haben sich... Generell bekommt man ja das Gefühl, dass sie sich gefühlt so wenig Arbeit wie möglich gemacht haben mit dem ganzen Zeug. Und was mich auch letztens schockiert hat, ich habe die News gelesen, dass teilweise Features wie, dass die Reifen schmutzig werden, wenn man durch den Dreck fährt, dass das einfach bei dem DLC nicht der Fall ist. Also selbst solche kleinen Dinge haben sie nicht umgesetzt. Also es wirkt schon sehr gerusht und einfach mehr oder weniger dahingeschmissen. Aber wenn man sich jetzt diese Paris-Strecke anschaut, die finde ich auch optisch durch diese ganzen Sehenswürdigkeiten, man fährt durch den Eiffelturm durch und so weiter, oder wirklich durchaus was hermacht, dann hat es mir schon gefallen, dass sie nicht einfach nur eine Version genommen haben, sondern dass sie versucht haben, alle drei verschiedenen Versionen aus Mario Kart Tour in die eine Strecke einzubauen. Und das sorgt halt eben dafür, dass jede Runde sich etwas anders anfühlt und dass man in der letzten Runde auch Gegenverkehr bekommt. Und das war gerade, als ich das erste Mal gefahren bin, ich war da nicht drauf eingestellt, war ich schon sehr verwirrt und habe gedacht, ich bin in die falsche Richtung gefahren, aber nee. Ich glaube, das ging aber einigens so. Deswegen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wobei ich finde tatsächlich, dass diese ganzen Stadtstrecken, also das trifft dann auch gleich auf die Tokio-Strecke zu, sie sind spielerisch relativ anspruchslos und quasi nur 90-Grad-Kurven so gefühlt und relativ breit und auch, also so große, aufwendige Hindernisse sucht man da halt wirklich vergebens. Und maximal kann man mal mit einem Pilz durch, irgendwie durch das Durchfahren oder so, ja. Also allgemein sind die Strecken ja, muss man auch sagen, breiter geworden, denn bei Mario Kart Tour ist es jetzt nicht so breit. Das liegt aber halt daran, dass halt zwölf Spieler halt bei Mario Kart 8 Deluxe sind. Ich glaube, da war Nintendo so ein bisschen gezwungen, die Strecken so ein bisschen breiter zu gestalten. Aber ja, dadurch wirkt Paris als auch Tokio, um das gleich auch mal vorwegzunehmen, ja schlichter, als es sonst ist. Also Mario Kart Tour ist es völlig okay, weil man fährt da ja automatisch los, man muss ja nur lenken und so weiter. Und da ist es wirklich okay, weil bei Mario Kart Tour, da kann man halt nicht viel mit ganz vielen Kurven machen. Da kann man auch gerade wenig Lenkverhalten und so weiter, das ist extrem schwierig. Ja, aber Mario Kart 8 Deluxe wirkt das so ein bisschen so, ja, es ist halt dabei, ne. Und es macht aber auch trotzdem Spaß, muss man auch sagen, ne. Ich muss ja auch zugeben, ich bin ja auch persönlich auch ein sehr großer Fan auch von diesen schlichten Strecken. Ich mag das, wenn das mal ab und zu mal vorkommt, weil, ja, ich mag natürlich auch diese höchst komplizierten Strecken. Kommen wir nachher mal dazu bei Ninja Dojo, wo es einfach da um mehreren Ebenen oder mehrere Kurven geht, etc. Oder enge Kurven und so weiter. Und da finde ich einfach Paris Parcours trotzdem eine sehr nette Abwechslung. Es gibt, muss man auch sagen trotzdem, aber bei Paris Parcours wenige Abkürzungen, ne. Also es gibt höchstens da bei dem einen Wahrzeichen von Paris, ich weiß nicht mal genau wie es heißt, dieses Siegtor. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Da gibt es da dieses Pappaufsteller für diese Piranha-Pflanze. Man kann ja da mit einem Pilz drüber rushen oder drüber, ja, turbo, tubieren, sag ich jetzt mal. Und dann hat man bis ein paar Minisekunden halt gewonnen. Aber ansonsten gibt es halt echt wenige. Es gibt am Anfang bei der ersten Runde gibt es vielleicht eine kleine andere Zusatzkurve, sag ich mal. Wenn ihr statt dem Eiffelturm direkt links geht, da könnt ihr vielleicht ein bisschen noch Zeit gewinnen. Aber ansonsten Abkürzungen gibt es weniger auf dieser Strecke. Was aber auch ein bisschen natürlich auf Mario Kart Tour geschuldet ist. Ja, absolut. Aber noch um zwei positive Dinge anzumerken. Also ich mag generell diese Atmosphäre mit den Heißluftballons und so. Das wirkt wirklich sehr schön. Und ich mag auch die Lichtstimmung in dem ganzen Ding. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach die Musik dabei. Ja, die Musik ist gut. Was wir, ich finde es generell super, dass sie das Ganze auch mit dem Orchester nochmal eingespielt haben. Also das ist wieder so ein Punkt, wo man durchaus sagen könnte, ja, da haben sie sich mehr Mühe gegeben, als man es vielleicht im Vorfeld hätte erwarten können. Also wenigstens das haben sie gemacht. Und gerade diese Paris-Stimmung, die da schön eingefangen wird. Also das ist ja wirklich dieses klassische Klischee-Paris-Gedüdel, was man da bekommt. Und es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ist von den ganzen neuen Tracks wahrscheinlich mal mit Schoko-Sumpf. Da kommen wir gleich noch dazu. Da finde ich auch die Musik sehr, sehr gut von früher noch. Wahrscheinlich meine Lieblingsmusik. Ja, also Musik wirklich von vorne bis hin bei allen Strecken, auch von mir vorwegzunehmen, finde ich alles super gut gelungen. Machen alle Laune. Genau, also ich fand Paris-Parcours auch, dieses musikalische Unterlegung, fand ich einfach nur passend. Passen einfach zu Paris. Auch vielleicht wieder sehr Klischee, aber ja. Gut, Toads Piste kennen wir bereits schon aus Mario Kart 7. Ist ja so die Anfangsstrecke, sage ich mal, vom ersten Cup. Auch sehr schlicht. Da gibt es halt ein, zwei Abkürzungen zum Beispiel. Die Strecke ist auch ein bisschen breiter, finde ich, als in Mario Kart 7. Ich bin, ähm, ich muss aber trotzdem zugeben, ich mag die Strecke, auch wenn sie schlicht ist. Ich mag einfach schlichte Strecken, keine Ahnung. Ähm, aber man kann natürlich auch wenig da driften und so weiter. Also da gibt es mal so ein, zwei Kurven, wo, oder natürlich gerade, ähm, wenn man Pilze hat, da kann man ja ein bisschen auch in das Beet reingehen quasi und dann auch ein bisschen so abkürzen. Aber da handelt es sich auch noch wirklich ein paar Sekunden, die man einsparen kann, um einfach euch auch ein paar Tipps zu geben. Ähm, allgemein, ich habe mir auch mal trotzdem ein paar YouTube-Videos angeguckt mit Abkürzungen. Und man hat richtig gemerkt, man hat den YouTubern richtig angemerkt, dass sie sich das so erzwungen haben, irgendwas drüber zu sagen. Weil es waren wirklich so ganz banale Sachen dabei, wo ich dachte, okay, so, dass man die Kurve jetzt enger nehmen muss, ist ja klar. Ja, und da merkst du halt schon, ne, in Sachen Abkürzungen gibt's ja echt wenig. Ja, also Toast Piste, ich find's nett, dass es dabei ist, ne Nintendo 3DS-Strecke, ähm, aber ich muss zugeben, ich hätte ne andere Nintendo 3DS-Strecke besser gefunden, vielleicht kommt die tatsächlich auch noch. Und das ist die, ich hoffe, ich erzähl jetzt nichts Falsches, aber die war, glaub ich, die von Nintendo 3DS, ähm, das mit dem Klavier, weißt du, wo dann diese Musik kommt, oder gibt's die nicht bei Mario Kart 8 Deluxe? Keine Ahnung. Felix, du warst besser. Meinst du die, äh, Music Park? Ja, genau. Die Strecke? Die gibt's ja schon. Nein! Das hab ich nicht planiert. Was? Ich guck gerade mal. Die müsste, doch, also es würde mich jetzt sehr wundern. Ach, die Instrumentalpiste, sorry, ja, ich hab falsche Erinnerungen, okay. Ne, alles gut, ich hab nix gesagt. Ne, aber trotzdem, ja, trotzdem, nochmal ganz kurz, es gibt trotzdem andere Nintendo 3DS-Strecken, die hätte ich da dessen lieber gerne gesehen, so. Ja, also wir kriegen ja bestimmt noch Varios Shipyard und solche Geschichten. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also die Toad-Circuit-Strecke, das hat mich tierisch geärgert, dass die mit drin ist. Es gibt genug Einführungsstrecken schon im Basisspiel und wir haben auch schon so Strecken bekommen, wie jetzt zum Beispiel den Babypark, wo es ja auch wirklich nur um den Kreis geht. Wir haben die Luigis-Piste ganz am Anfang. Wir haben vom Gameboy Advance haben wir, ähm, wie heißt die, Peach, Peach Circuit oder so. Ähm, da, also ich finde, wir haben genug von diesen Basic-Strecken, die ja auch mehr oder weniger so aussehen. Das einzige optische Highlight ist ja dieser, ähm, Toad-Luftballon, der da in der Luft hängt. Ähm, dass die Strecke mit drin ist, das finde ich einfach, das wirkt fast schon deplatziert. Weil wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo wir wirklich, ähm, scharf draus sind, neue, anspruchsvolle Strecken zu bekommen. Und dann bekommt man sowas, äh, vorgesetzt. Und, ähm, was mir da halt auch sehr, sehr kritisch aufgefallen ist, ich finde, ähm, bei Mario Kart 8, der, dem, dem Basisspiel. Da hat man es Nintendo immer angemerkt, dass sie selbst bei den absoluten Basic-Strecken noch versucht haben, irgendwelche Dinge reinzubringen, die es vorher nicht gab, die auch die typischen Mario Kart 8, äh, Mario Kart 8 Elemente, sei es unter Wasser oder irgendwie, ähm, diese Schwerkraftgeschichten, diese Antigravitation, die haben sie immer versucht mit reinzubringen. Also, bestes Beispiel ist ja diese Rampe, wo es da hochgeht bei, ähm, dieser Peach-Piste. Ähm, haben sie einfach random plötzlich einen Strecken-Element in die Luft katapultiert, ja. Und Toad Circuit ist halt eins zu eins genau dasselbe wie auf dem Nintendo 3DS. Und damals war es halt wirklich die absolute erste Basic-Strecke, die man, äh, da gefahren ist. Deswegen ist für mich mit Abstand die schwächste Strecke im ganzen DLC. Bis jetzt. Und, ähm, bis jetzt. Meine Hoffnung ist, dass sie auch, ähm, selber den DLC mehr oder weniger so betrachten wie, ja, wir fangen jetzt langsam an und steigern uns dann immer weiter. Und dann in den letzten DLCs kommen dann die absoluten, superschweren Strecken, also die, oder die aufwendigeren Strecken. Aber, ähm, selbst wenn man jetzt am Anfang sowas wie den Toad Circuit umsetzt, finde ich, ist es doch bei einem Spiel wie Mario Kart 8, das sich über 40 Millionen Mal verkauft hat, doch schon okay zu erwarten, dass sie auch da die typischen Mario Kart 8 Elemente mit reinbringen, wenn dann irgendwo eine Antigravitation eingeführt wird. Irgendwas, was das Spiel, äh, was die Strecke noch vom Nintendo 3DS abhebt, weil es ist halt wirklich eins zu eins dieselbe Strecke und sie wirkt halt auch grafisch relativ dröge und ist bei weitem nicht mehr auf dem Niveau wie die ersten Strecken. Ja, also, ich werde es nachher nochmal zum Schluss sagen, aber natürlich auch wieder eine Strecke, die es auch bei Mario Kart Tour gab. Um mal vielleicht mal kurz direkt auf die nächste Strecke schon zu kommen, der Schokosumpf. Ähm, der Schokosumpf hat ja den Ursprung von Mario Kart 64. Ich muss zugeben, ich war als Kind riesiger Fan vom Schokosumpf, wo ich damals echt nie gedacht hätte, dass es ein Schokolade wäre, aber gut, ist halt so. Die Strecke gab es ja auch damals auch für Mario Kart DS, ähm, war sehr angelehnt aus dem Nintendo 64. So, die Strecke gab es aber auch für Mario Kart Tour, um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen. Und ich hab den Schokosumpf jetzt auch gespielt und ich muss zugeben, ähm, ich hab das, das kam, glaub ich, damals bei Mario Kart Tour heraus, da hab ich das gleich nicht mehr gespielt, weil ich hab ja mal so ein gutes halbes Jahr mal Mario Kart Tour auf dem Smartphone mit Goldpass mal gespielt, dann war halt die Luft auch mal raus bei mir. Hab auch nicht mal eingesehen, äh, zu bezahlen, weil ich hab irgendwie ja den Anschluss verloren und dann hast du auch keine Chance mehr gegenüber anderen Spielern gehabt. Fand ich ein bisschen schade, ist aber so. Und, jetzt kommt's aber. Ähm, ich hab jetzt den Schokosumpf, äh, gespielt bei Mario Kart 8 Deluxe und war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass das Design, ich hab's nicht mehr wiedererkannt, die Strecke, ja. Bei Mario Kart 64, ähm, war's damals so, du konntest ja runterfallen. Klar, das, sowas gibt's heutzutage auch nicht mehr, weil du musst ja die Strecke von vorne wieder beginnen. Klar, kann ich alles gut verstehen, ja. Aber ich, ich erkenne die Strecke nicht mehr wieder. Das Einzige, was ich wirklich an der Strecke mag, ist die Musik. Und ich hab mir dann nochmal, äh, Gameplay-Material zum Mario Kart Tour angeschaut, wie da der Schokosumpf aussieht. Und Überraschung sieht fast genauso aus. Man könnte wirklich schon fast sagen, als, natürlich wie bei Paris Parcours oder bei Toast Piste, dass Nintendo hier ein bisschen lazy war, also ein bisschen faul, oder wer auch immer, daran gewerkelt hat, und einfach die Strecken portiert hat, ja. Mehr auch nicht getan hat, weil die Kristalle, die es in dieser Höhle gibt, sieht bei Mario Kart 8 Deluxe genauso aus wie Mario Kart Tour. Diese Flugpassage war dir auch schon mit drin? Ja, auch die Flugpassage. Und da muss ich schon sagen, das finde ich schade, weil da merkt man schon ein bisschen, okay, man hat's portiert, man hat's so ein bisschen hochauflösender wahrscheinlich gemacht, wenn überhaupt. Zum grafischen Aspekt kommen wir zum Schluss nochmal. Das ist sowieso eigentlich ein steiniges Thema. Ich find's gar nicht mal so schlimm, ne? Aber mir geht's im bisschen um das ... Nee, es ist nicht so schlimm, aber ich kann ja ... Ich bin mir relativ sicher, dass die exakt die ... Assets. Also, dass quasi die Assets schon für Mario Kart Tour exakt so aussahen und sie halt für Smartphone dann nochmal so ein bisschen optimiert wurden. Aber so, wie sie es ursprünglich erstellt haben, war das genau so. Und dieser Port jetzt rüber auf die Nintendo Switch, der war für die Nullaufwand, so gefühlt. Ja, klar. Und das ist dieses Geschmäckle, das man irgendwie bei den Strecken irgendwie komplett hat. Ja, ich muss aber auch sagen, ich find halt ... Wie gesagt, mir geht's gar nicht mal um das Grafik-Design, sondern wirklich um das Level-Design. Und bei Schoko-Sumpf, das ist für mich eine neue Strecke. Das ist für mich nicht die gute alte Strecke vom Nintendo 64 oder vom Marka DS. Das ist für mich einfach ... Ja, einfach Schoko-Sumpf 2 gefühlt, ja? Und das find ich schade. Das find ich super schade, weil ... Eigentlich hätten sie sich die Strecke sparen können, blöd gesagt jetzt. Aber gut, gab's im Marka Tour. Und ich denke mal, das wird sich auch dem ganzen Booster-Pass auch durchweg hinziehen, dass wir da mehr Tour-Strecken bekommen als, ja, andere Strecken. Also, bei dem ganzen Makeover, find ich, haben sie auch die Chance verpasst, den Schoko-Sumpf auch wirklich nach Schokolade aussehen zu lassen. Wie geil wär das gewesen, wenn das halt wirklich Schokoladenblöcke wären. Man kann da sehen, wie irgendwie flüssige Schokolade runterläuft. Ich glaub, das wirkt halt jetzt einfach wie ein Dreckberg halt, ja? Ja, genau. Also, eine Dreckstrecke. Ohne irgendwelche Assoziationen mit Schokolade. Und ich mein, die haben doch das schon öfter umgesetzt. Es gibt ja auch in Mario Kart 8 schon Strecken, wo man einfach irgendwie auf Kuchen und so weiter lernt. Genau, ja. Warum haben sie das hier nicht mit Schokolade richtig umgesetzt? Das wäre so cool gewesen. Auch wenn die Bodentexturen einfach Schokoladenquadrate wären, ja? Also, das wäre doch irgendwie auch möglich gewesen. Ja, ist, finde ich, so eine verpasste Chance, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter mitzugeben. So ist es halt einfach nur eine Strecke irgendwo in den Bergen, wo viel Dreck liegt. Also, Abkürzungen gibt es auch so gut wie keine, bis auf eine Höhle vielleicht, dass man da links mit einem Pilz so ein bisschen durchschneller fährt, aber sonst kommt es ja. Ja, also, ich finde, die Abkürzungen, wo man einen Pilz verbraucht, um eine Kurve ein bisschen abzukürzen, das ist für mich keine richtige Abkürzung. Ja, eigentlich nicht. Oder halt irgendwo durch ein Beet zu fahren oder so, ist keine Abkürzung, ja. Gut. Nee, also maximal wenigstens, dass man noch so leicht eine Abdeckung durchfahren muss, wie es jetzt zum Beispiel bei den Mario Kart Tour Strecken ist, ja? Da haben sie ja manchmal so Aufsteller mit Piranha-Pflanzen, wo man dann sich mit dem, vielleicht mit einem Panzer irgendwie durchschießen muss oder eben mit einem Pilz. Das ist dann nochmal was anderes. Da, finde ich, kann man dann auch wirklich von einer Abkürzung sprechen, aber einfach nur eine Kurve enger zu schneiden, das hat wenig mit einer Abkürzung zu tun. Man macht es natürlich im Zeitfahren, um dadurch schneller zu sein, aber ja. Hat den Namen Abkürzung nicht verdient. Reden wir mal über eine Strecke, darüber habe ich mich eigentlich schon sehr gefreut. Die Kokospromenade gab es damals auf dem Mario Kart Wii und den Charme hat man meiner Meinung nach auch ein bisschen belassen. Also man hat da nicht großartig was geändert, auch, muss aber trotzdem sagen, die Strecke ist auch ein bisschen breiter, zumindest die Startfläche fand ich jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen breiter als damals bei Mario Kart Wii. Und, ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, Felix, was denke ich, hat damals mehr Mario Kart Wii gespielt. Den Charme haben sie belassen, gell, da haben sie jetzt nicht viel geändert, oder? Nee, also der Charme, das ist für mich das Positivste an dem ganzen Ding. Ich finde, den haben sie sogar noch deutlich weiterentwickelt, weil es war halt damals, als wir auf der Nintendo Wii und auch auf dem 3DS war es nicht viel besser, da gab es die Strecke ja auch schon. Ähm, als wir da durchgefahren sind, die ganzen Glasvitrinen und so weiter, die haben halt, die waren halt irgendwie, ja, Copy-Paste und es waren keine richtigen Marken drin und so. Und jetzt haben sie sich halt wirklich die Mühe gemacht und da wirklich richtige Vitrinen eingerichtet, ja, und verschiedene Shops und irgendwelche Nintendo-Marken, die dann da halt so fake nachgemacht wurden. Das haben sie ja seit Mario Kart 64 eigentlich schon ganz oft gemacht. Und, ähm, auch schon verschiedene Reiseziele, jetzt gibt's ja auch Gerüchte, dass es möglicherweise eine Vanilla-Lake-Strecke und sowas später mal geben wird im DLC. Also das ist, finde ich, ähm, mit Abstand das Beste an, an dem, an der Strecke, was sie da gemacht haben. Denn, ähm, vom Spielerischen her, finde ich, haben sie so ein paar Designentscheidungen getroffen, die halt auch wieder von Mario Kart Tour stammen, die ich so eigentlich, ähm, nicht so toll finde. Punkt eins ist einfach das Design von diesen Rolltreppen. Früher musste man halt wirklich noch ein bisschen gucken, okay, welche Rolltreppe fährt jetzt gerade nach oben, welche nach unten, weil sie halt wirklich so aussahen, wie typische Rolltreppen auch auf einem Flughafen aussehen. Ähm, sie hatten zwar keine Stufen damals, aber es waren halt trotzdem, also gerade Rolltreppen, ja, dass man halt drüberfahren kann. Ähm, jetzt sind es halt irgendwie einfach nur Rampen, wo mit rotem und grünem Pfeil dick und fett draufsteht, okay, hier fährst du nach oben, hier fährst du nach unten. Also das ist irgendwie, hat dem Ganzen so ein bisschen ein Element beraubt, was auch irgendwie dann auch nicht so ganz zum Rest der Strecke passt. Also das ist ja nicht nur das, dass man auch, ähm, jetzt mehr gucken muss, wo geht's, also weniger gucken muss und sich konzentrieren muss, wo geht's nach oben, wo geht's nach unten, um wirklich schnell da die Rampe hochzufahren. Ähm, es ist halt auch irgendwie das Zusammenspiel mit der ganzen Umgebung, ja, es wirkt halt einfach so ein bisschen dezabliert, deplatziert, so ein Fremdkörper auf der Strecke, den man hätte vermeiden können. Und, ähm, der zweite Punkt, der mich auch ein bisschen stört, ist einfach, ähm, die, die fahren, die nicht mehr fahrenden Autos ganz am Ende der Strecke. Früher war das ja so, dass man da, ähm, wirklich Autos ausweichen musste, da saßen Mies drin, jetzt sind da, glaube ich, Scheigeis drin, und, ähm, die sind immer hin und her gefahren. Also, die haben da quasi versucht, auszuparken, denke ich, weil es war zumindest die Intention dahinter. Und, ähm, die sind halt einfach vor- und zurückgefahren. Und jetzt sind das halt stehende Autos, wo du, selbst wenn du dagegen fährst, irgendwie nicht, ähm, wo es sich nicht dreht, sondern es ist einfach wie eine Wand, ja. Also, das ist halt auch wieder so von, ich schätze mal, 1 zu 1 und Mario Kart Tour übernommen. Nee, nee, die Strecke gibt's bei Mario Kart Tour nicht. Die gibt's nicht? Okay, okay. Also, okay, aber dann, ähm, da muss man sagen, dann gefällt mir das grafische Makeover sehr, sehr gut, nach wie vor. Ähm, ein paar Designentscheidungen hätte ich persönlich ein bisschen anders getroffen, aber es ist auf jeden Fall eine der besseren Strecken im DLC. Und ich glaube, ähm, die Kokospromenade hatte generell auch schon im Vorfeld sehr, sehr viele Fans und die sind auch, ähm, sehr glücklich, dass die jetzt wieder, äh, zurückkamen, die Strecke. Also, ich denke, von Mario Kart Wii wünschen sich die meisten jetzt wahrscheinlich noch, ähm, den Koopa Cape, Koopa, Koopa Cape, ich glaube, so heißt die auch im Deutschen, irgendwie so Koopa Cup oder sowas. Also, ihr wisst, was ich meine, diese Koopa Strecke, wo man auch in diese, ähm, Röhre reinfährt, unter Wasser dann. Mhm. Dann, äh, noch den Herbstwald, ich glaube, den, ähm, würden sich die meisten noch zurückwünschen. Und, ähm, ja, vielleicht die Donkey Kong Schikane, diese, diese Snowboard-Ski-Pistenstrecke. Die, ähm, die wünschen sich wahrscheinlich auch ganz viele zurück und natürlich das Regenbogen-Boulevard. Aber wenn die alle zurückkommen würden, dann wäre ich schon auch sehr, sehr glücklich. Bei Mario Kart Wii, das, ähm, war halt eines so der ersten Spiele, die ich wirklich richtig exzessiv gespielt habe, weil es halt da den Online-Modus gab, der richtig gut funktioniert hat. Und, ähm, da habe ich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen dran. Und, ja, also, Mario Kart Wii hat einen besonderen Platz bei mir und würde mich freuen, wenn auch die anderen Strecken da zurückkommen. Ja. Wobei ich gar nicht mal so der große Fan von dieser Koopa Strecke bin. Ähm, die bin ich einfach schon zu oft gefahren, weil sie halt auch schon mehrfach, äh, neu aufgelegt wurde. Ähm, genau. Ich wollte deswegen jetzt auch nochmal sagen, das ist jetzt die einzige Strecke, über die wir jetzt geredet haben, die es nicht in Mario Kart Tour gibt. Und ich finde, man merkt da auch schon ein bisschen da den, ja, den nicht grafischen Unterschied. Grafisch sieht es eigentlich fast genauso aus wie die anderen Titel. Aber man merkt auch ein bisschen so vom Aufwand und so weiter. Also, man hat es jetzt nicht portieren können, weil es es natürlich jetzt nicht gibt. Das heißt, man musste die Strecke eventuell, ja, eigentlich schon neu aufbauen. Bis auf die ein, zwei Kritikpunkte, die du gesagt hast, gerade bei den Shy Guys im Auto, muss ich dir auch zustimmen, etc. Ist die Strecke trotzdem gut gelungen. Ähm, auch das, äh, diese Abkürzung, sag ich mal, gab es ja gleich bei Mario Kart 7 auch schon, ne. Wo man da, ähm, ha, man kann ja so ein bisschen die Kurve da am Ende, weißt du, kurz vorm Ziel, wo da diese Autos sind, kann man so ein bisschen so über den Zaun fliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mario Kart 7 auch gab. Ähm, aber ja. Ne, aber ansonsten ist die Strecke wirklich gut. Ich hab nur mal gelesen, diese, ähm, oh, wie heißen die? Die Bewohner von Delfino. Äh, ah, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, weil anscheinend ist das so, beim Mario Kart Wii waren sie nur so leicht transparent vorhanden, hab ich irgendwie gelesen. Und bei dem jetzigen Teil sind sie dauerhaft da. Also das ist natürlich auch schon mal positiv, wenn einfach solche Grafischen oder Detailverbesserungen gibt. Aber ich will gerne am Ende noch ein bisschen was zu diesem Grafikzeugniveau was sagen, weil ich hab bei Rennspielen und Grafik so eine ganz eigene Meinung. Ähm, ich würd sagen, wir reden jetzt... Moment, Moment, ähm, die Bewohner heißen Palmas. Ah, Palmas, danke. Ich hab's nicht mehr... Genau, ich hab's extra nochmal geguckt, wenn's mich auch interessiert hat. Ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt, danke dir. Ähm, kommen wir zum zweiten Cup, den Glückskatzen. Cup, toller Name, by the way. Ähm, die erste Strecke ist wieder eine Mallorca-Tour-Strecke und zwar Tokyo Tempo-Tour. Und man könnte eigentlich schon fast selbe wie, ja, wie bei Paris-Parcours sagen, eine sehr schlichte Strecke auf jeden Fall, wo es auch mal wieder Abwechslungen gibt auf jeden Fall. Von Runde zu Runde verändert sich auch hier wieder was, genau. Ja, man an sich, ja, wer schon mal in Tokio war, wird hier und da mal sicherlich Parallelen erkennen. Also ich war ja mal in Tokio, ich kenne hier und da mal so ein paar Parallelen. Ähm, ich finde, die haben ja extrem viele Sehenswürdigkeiten einfach nachgebaut. Aber ich finde, die Strecke wirkt trotzdem nicht so lebhaft wie die Paris-Strecke. Ähm, weil irgendwie die Lichtstimmung, die ist irgendwie so 0815, ist es einfach taghell. Und ja, also es wirkt halt, dadurch, dass halt auch die Texturen wirklich extrem billig sind, ähm, wirkt es halt einfach so ein bisschen, ja, 0815 einfach. Ja, ist Japan, ist wirklich so. Also wenn ich schon mal in Japan war, ich kann mich immer wieder, ich meine, es gibt natürlich in Japan sehr schöne Sachen mit, ähm, ja, mit den ganzen Schlössern und so weiter und den japanischen Burgen etc. Mit den Tempeln, ja, aber in Tokio findest du sowas leider dort selten oder wenig. Und ansonsten sieht das halt wirklich dort aus wie so eine westliche Stadt einfach, wie du schon meintest, 0815. Und deswegen haben sie das irgendwie ganz gut eingefangen, keine Ahnung. Also, ich muss auch sagen, wo ich... Okay, wenn du das sagst, klar, also wenn es den japanischen Charme, du warst ja da, ich nicht. Ja, aber wohl... Wenn es den so gut einfängt, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem wirkt halt, dann wirkt es ja zumindest in Mario Kart ein bisschen deplatziert, weil das ist dann einfach noch ein bisschen... Ja, ich meine, ich hätte sie jetzt Akihabara oder so weiter noch eingesetzt, also diese, ich weiß nicht, ob du Akihabara kennst, das ist ja diese... Ja, also immer so, wenn du Gamer oder Nerd oder Anime-Fan bist oder Manga-Fan bist, dann musst du halt mal da hingehen, denn da gibt's ja tausende Läden, wo du Merchandise, Animes etc., Videospiele, Retro-Spiele kaufen kannst. Und hätten sie das irgendwie noch so hinbekommen, wäre das cool gewesen damals. Aber so ist es natürlich sehr, sehr schlicht gehalten. Weil Tokio ist ja riesig, da kann man viel mit reinnehmen. Da könnte man eigentlich sogar fast so eine zweite Strecke mal davor machen. Nee, aber es ist... Ja, aber auch da ist es halt wieder spielerisch irgendwie ähnlich wie bei der Paris-Strecke, einfach so ein bisschen... Es fehlt an den Highlights auf der Strecke. Also es gibt keine Plattformen zum draufbouncen oder so. Es ist halt einfach nur eine hart abgestreckte, weil die Grenzen sind ja auch sehr, sehr hart, ja. Also es gibt da wenig Möglichkeiten auch mal so in Anführungszeichen, wie wir es vorhin genannt haben, eine Abkürzung so über Gras zu nehmen oder sowas. Sie wirkt halt nicht so dynamisch wie andere Strecken, sagen wir es so. Mhm. Genau. Ja, reden wir mal über die zweite Strecke vom Glückskatzenkapp und zwar der Pilzpass aus Mario Kart DS. Und Felix, da haben wir schon wieder eine ziemliche Standardstrecke, oder? Ja, wobei ich finde, die hebt sich dann doch nochmal deutlich von der Toads-Piste ab. Also wir haben ja einmal den Gegenverkehr, wir haben auch, finde ich, eine ganz coole Landschaft und ich mochte die Strecke auf dem DS sehr gerne. Ich möchte dir jetzt aber mal kurz ein kleines Bild schicken. Okay. Das habe ich jetzt gerade gemacht, das ist ein Screenshot, das vergleicht, ich erzähle mal kurz, was auf dem Screenshot zu sehen ist. Es vergleicht die Strecke, die wir jetzt gerade besprochen haben, mit dieser Shy Guy-Strecke von Mario Kart 8. Einfach nur, wie die Texturen auf, wie heißt das jetzt nochmal, die Strecke, jetzt bin ich gerade rausgekommen, die wir gerade besprechen. Pilzpass. Genau, wie der Pilzpass aussieht. Ähm, und man sieht halt, wenn man nah ran zoomt, dann ist das schon eine gewisse Textur auf den, ähm, auf den Steinen und auf der Wiese und so. Aber wenn man quasi so ein Übersichtsbild sieht, dann wirkt das einfach wie Knet. Also ganz, ganz billig und wie halt ein typisches Handyspiel aussieht. Und wenn man da gegenüber jetzt eine Mario Kart 8 Strecke nimmt, wie jetzt zum Beispiel diese Shy Guy-Strecke, wo man den Wasserfall hochfährt. Dann ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht und das ist das, was einen so irritiert, wenn man die neuen DLC-Strecken spielt. Weil es ist halt ein wirklich grafisches Downgrade zu bemerken. Und wenn man ein Spiel mit DLC versorgt, das sich über 40 Millionen Mal verkauft hat, dann finde ich, kann man schon erwarten, dass die neuen Strecken wenigstens an das Niveau der alten herankommt. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, wirkt es halt einfach nur auf extrem billig gerusht von Mario Kart Tour rüber kopiert. Und ganz ehrlich, es wird mich nicht wundern, wenn demnächst in Mario Kart Tour auch die Kokospromenade auftaucht. Und sie einfach... Also der Pilzpass gibt es auch nicht in Mario Kart Tour, nur kurz um zu erwähnen. Ähm, ich habe das Bild jetzt nicht bekommen, aber ich gucke mir gerade noch ein bisschen nebenbei Gameplay von Mario Kart DS an. Ähm, gut... Nicht? Ah, oh, sorry, sorry. Okay. Ähm, von Mario Kart DS. Ähm, muss sagen, natürlich haben sie den Charme der Strecke 1 zu 1 beibehalten. Ähm, da haben sie jetzt nicht großartig was verändert. Finde ich aber auch in Ordnung. Sowas hätten sie auch beim Schokosumpf auch machen sollen, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Ähm, ja, ich gucke mir das mal ganz kurz. So, jetzt guckst du noch mal an. Ich gucke mir das Bild mal an. Genau, guck dir das mal an und lass es auf die Tür. Ich weiß schon, was du meinst. Auf jeden Fall, ja. Also, ich will nachher dazu meine Meinung sagen. Ich weiß, was du meinst. Das eine ist natürlich eine Strecke, die man, äh, für Mario Kart 8, äh, Mario Kart 8 damals halt so kreiert hat. Ne? Und, ähm... Ist das eine hübsche Strecke? Natürlich. Also, ich finde generell, diese Zeitsprache, den Wasserfall nach oben zu fahren, das war sehr kreativ damals. Ja, klar. Das ist super Strecke. Ja, klar. Ähm, wir reden nachher über den gravigen Aspekt. Aber, ich hab so das Gefühl, das wird uns noch bis zum nächsten Mario Kart Titel auf jeden Fall begleiten. So, ähm, reden wir mal über die Wolkenpiste. Kam damals auf dem GBA heraus. Gibt's, warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob es das auch nicht für Mario Kart Tour gibt. Ne, äh, gab's für mal KTS, die Wolkenpiste. Und das ist natürlich eine Strecke, die musste man auch quasi in 3D nochmal komplett neu designen. Und, ja, was haben wir hier? Auch wenn, sehr schlichte Strecke, meiner Meinung nach. Und diese Abkürzung über diese Blätter ist jetzt keine richtige Abkürzung, weil ich hab mal probiert. Also, zeitlich gesehen... Die ist langsamer. Ist sogar langsamer, ja. Ich glaub, selbst... Man verliert Zeit. Selbst mit einem Pilz ist man nicht schneller, weil wenn man hüpft, dann verliert man unglaublich viel Zeit. Dann frage ich mich, warum hat man das denn überhaupt hingetan? Hätte man ja quasi einen Pilz machen können, man hätte eine Rampe, wäre draufgesprungen und wäre irgendwie, keine Ahnung, und wäre halt schneller dann gewesen. Irgendwas so in der Richtung. Aber schade, dass man das Potenzial als Abkürzung nicht genutzt hat. Und ansonsten, ja, sehr, sehr Standard. Muss aber trotzdem sagen, ich mag dieses Theme. Also, ich mag diese Wolken-Thematik irgendwie sehr und deswegen finde ich sie trotzdem unterhaltsam, die Strecke. Mhm, okay. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch wieder eine schwächere Strecke, weil sie irgendwie in sämtlichen Belangen, wie die schlechtere Wolkenpiste im Vergleich zu der Mario Kart 8 Strecke wirkt. Weil da hatten wir ja auch schon eine Strecke in den Wolken, wenn du dich erinnerst. Ja. Im letzten Cup war die. Und die war halt viel ereignisreicher. Es war nicht nur auf Wolken, sondern da waren auch so grafische Details dabei, wie das auf einmal die Strecke aus einem Fragezeichenblock entsteht. Und dann schlängelt sich quasi die Pflanze so nach oben. Solche grafischen Details vermisst man hier komplett. Und das wirkt halt einfach deswegen wieder so ein bisschen, du meinst, möglichst schnell rüberportiert und wenig Liebe. Also das ist auf jeden Fall auch spielerisch eine Strecke, von der man mehr hätte erwarten können, finde ich. Ich finde sie jetzt nicht furchtbar oder so, aber ja, sie wirkt halt einfach in der Qualität der normalen Mario Kart 8 Strecken deutlich unterlegen. Und ja, das ist dieses Geschmäckle, das ja irgendwie über den ganzen DLC mitkommt, das mich halt nicht irgendwie komplett begeistert zurücklässt. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir neue Strecken bekommen haben. So ist es nicht, weil jetzt habe ich auch mal wieder einen Grund gehabt, Mario Kart 8 Deluxe zu spielen. Aber davon zu reden, ich wäre jetzt absolut begeistert, wäre halt einfach gelogen. Weil die Strecke, die wirkt halt wirklich wie die günstigere Bilo-Version von der Wolkenpiste, die wir eh schon haben. Ja, gut, also ich muss sagen, die Wolkenpiste, ja, ja, ich meine, potiert konnten sie ja nicht werden, weil es nicht gab. Aber ja, ich meine, dass es sie gibt, ich meine, wir haben jetzt halt Retro-Strecken, ne? Ich meine, Nintendo wäre natürlich schon geil gewesen. Ja, aber selbst die Retro-Strecken, die sahen halt in Mario Kart 8 deutlich besser aus. Ja, klar, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, wir reden, Ara, nochmal kurz drüber. Denn wir reden nochmal ganz kurz über die letzte Strecke jetzt in der ersten Welle. Und zwar, jetzt fällt mir auf, Nintendo hat anscheinend hier im Spiel selber bei der Strecke den Batch vergessen. Weil die Strecke gab es meines Wissens, also Ninja Dojo, gab es ja nur in Mario Kart Tour. Das war ja quasi eine Mario Kart Tour-Strecke und da fehlt das Tour. Völlig korrekt. Da hat Nintendo wohl was vergessen im Spiel. Naja, gut. Ja, Ninja Dojo, ich muss sagen, meiner Meinung nach sogar eines der besten Strecken bis jetzt in der ersten Welle. Auch wenn es wirklich eine Mario Kart Tour-Strecke ist. Ich mag einfach diese Ebenen. Man kann ja wirklich sich selber aussuchen. Am schnellsten seid ihr, by the way, ich will nicht spoilern, wenn ihr unten erstmal fahrt und dann von unten dann irgendwie nach oben kommt, dann seid ihr irgendwie am schnellsten. So habe ich das irgendwie bis jetzt immer im Gefühl gehabt. Aber es gibt einen Teil der Strecke, die mag ich überhaupt nicht. In Mario Kart Tour klappt es, weil man ja stellenweise mitgeführt wird, sage ich mal, in die Kurve. Diese, ich glaube, das ist die vorletzte Kurve vor dem Ziel, wenn ihr da auf dieser oberen Ebene seid, auf diesem Gitter, da hinein zu driften, weil da gibt es ja noch diese Luft, wo nach oben geht. Man kann natürlich auch mit einem Pilz irgendwie rübergeschossen kommen. Das ist eine Abkürzung. Es hat von Nintendo wahrscheinlich aber nicht so bei, will Nintendo eigentlich nicht, aber gut. Ich schaffe es irgendwie trotzdem nicht. Ich habe es mir bei YouTubern angeguckt, die kriegen es hin. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ich habe es auch gesehen mit einem 200er CC. Ja, ich glaube, es geht auch noch ein 200er CC. Kann man da irgendwie drücken. Ja, genau. Aber dann geht es teilweise sogar ohne Pilz. Ah, okay. Aber 150er schaffe ich es nicht. Ich bin persönlich kein Fan von 200er Kubik, aber gut. Obwohl, ich versuche dauernd durch die Kurve zu kommen. Ich fliege immer runter. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich finde die Kurve sehr schwer zu nehmen. Und das ist so ein Designfehler in Mario Kart 8 Deluxe. Ich frage mich, ob Nintendo das überhaupt mal selber so ein bisschen ausprobiert hat. Ich wage mal zu bezweifeln, ihn mir nicht. Wahrscheinlich spielen sie dauernd im 50er die Strecken und testen die da durch. Nee, aber ich finde diese vorletzte Kurve ganz wirklich Hölle. Ich muss zugeben, ich habe bis jetzt in den 150er noch bei keinem Cup die drei Pokale hinbekommen, weil entweder erstens habe ich totales Item-Pech, ja. Die drei Sterne meinst du? Die drei Sterne, sorry, nicht Pokale. Die drei Sterne. Ich habe totales Item-Pech. Zweitens, ich werde abgeknallt wie sonst was. Ich habe vorhin mal ein Kursvideo aufgenommen. Ich war erster Platz und war irgendwie dann am Ende sechster, weil ich so ein Pech dann hatte. Ich hasse das. Genau. Ja, typisches Mario Kart Ding. Also mir ist es auch beim ersten Mal passiert, dass ich die ersten drei Strecken gewonnen hatte bei dem Cup. Und dann kam eben Ninja Hideaway oder Ninja Dojo, wie es im Deutschen heißt. Und dann kurz vor Schluss wird man einfach abgeschossen und dann hat man halt Zweiter, Dritter oder sowas. Und dann bekommt man nicht mehr alles, also jeden Stern. Ich finde die Strecke auch genial. Ich finde sie teilweise sogar dadurch, dass es so viele Wege und Abzweigungen gibt, ein bisschen unübersichtlich. Ja, bestimmt schon. Also manchmal überlegt man sich, ist die Kurve jetzt da vorne nach rechts oder nach links, weil irgendwie kann man sich so richtig erkennen. Aber ich finde, das trägt so ein bisschen auch zu dem Charakter der Strecke bei und macht sie auch zu etwas Besonderem. Also für mich war die Strecke komplett neu. Ich bin die in Mario Kart Tour nie gefahren. Und sie ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen über den ganzen DLC. Weil ich finde, diese verschiedenen Wege, dann kann man mal unten fahren, man kann oben fahren, dann fährt man die Treppen hoch. Man fliegt irgendwie auf diese drei Balken, die da ganz, ganz oben irgendwo sind. Und in der Mitte sind zwei Münzen, die man noch einsacken kann. Also irgendwie das ganze Level, das hat irgendwie richtig viel zu bieten. Ich mag auch das Theme, gerade bei der Wolkenpiste angesprochen. Ich finde die Idee mit diesen Ninja Shy Guys auch extrem cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist definitiv eine der Strecken, wo ich sage, bitte mehr davon. Ja, ich muss auch sagen, die Strecke ist mehr Mario Kart 8 Deluxe als Mario Kart Tour. Ich finde, ich habe so einiges Gefühl gehabt, das war sogar so ein Überbleibsel von damals. Man hat das jetzt halt für Mario Kart Tour verwendet damals. Also kommt es mir irgendwie vor. Ja, aber kommen wir mal ganz kurz zum grafischen Aspekt. Jetzt will ich auch ganz kurz was dazu sagen, okay? Also wenn man steht, sehen die Strecke natürlich alle unglaublich plastisch aus. Also sehr, als wäre alles aus Plastik. Wie du selber schon erkannt hattest, damals die selbst entwickelten Strecken von Mario Kart 8 Deluxe sahen super bearbeitet aus. Grafisch wurden da Assets verwendet oder Strukturen, die waren auf jeden Fall dafür gemacht worden für die Strecken. Und bei den jetzigen neuen Strecken gibt es so eine Art Muster, was immer quasi neue Farben hat. Und dadurch wirken die Strecken, als würde man auf Plastik fahren. Ja, also ich finde, man kann schon so ein bisschen sagen, dass sie versucht haben, bei den alten Strecken so ein bisschen realistischere Texturen reinzubringen. Es ist zwar immer noch alles immer diese typische Mario-Comic-Grafik, aber es wirkt einfach ein bisschen echter als dieses Extrem. Du nennst es Plastik, für mich wirkt es halt so ein bisschen wie Knet, also relativ simpel einfach. Ich finde, das sieht auch, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich finde auch, das sieht manchmal grafisch nicht würdig aus einem Mario Kart 8 Deluxe Titel, wo ich mir immer wieder denke, okay, Nintendo, warum habt ihr euch jetzt da nicht Mühe gegeben? Ja, klar, man kann natürlich sagen, man hat jetzt einfach, damals hat man vielleicht für Mario Kart Tour sich so ein paar grafische Assets bereitgelegt oder so ein Editor hat man wahrscheinlich intern gemacht. Und anhand dessen hat man die Strecken halt designt. Und ich habe das Gefühl, das hat man jetzt rüberportiert auf die Switch, um halt einfach auf schnelle Art und Weise und geldeinsparend Strecken das zu designen oder zu portieren. Meiner Meinung nach. Allerdings, das ist ein Thema, das bekleidet uns bei vielen Rennspielen. Das ist nicht nur bei Mario Kart 8 Deluxe im Booster Packet so, sondern auch bei anderen Funracern erkennt man das immer wieder, dass diese grafischen Qualitäten, gerade wenn man steht oder gut, wenn man abgetroffen wird bei Mario Kart, fällt das einem natürlich dann öfters krasser auf, dass man halt dann sieht, okay, die Grafik ist gar nicht mal so nice. Aber in Bewegtbildern guckst du ja gar nicht so richtig auf die Grafik, ja, da fährst du an alles schnell vorbei, da nimmst du das alles gar nicht so wahr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Absicht, was Nintendo auch vielleicht erkannt hat, dass Nintendo auch gesagt hat, okay, wozu soll man die Strecken großartig jetzt hochauflösend und mit schönen Assets oder grafischen Details jetzt versehen, wenn man sowieso nur dran vorbeifährt und diese Details nicht achtet, denn es geht ums Gameplay. Okay, ja, das stimmt schon. Ich find's aber auch, Felix, ich find's auch schade, dass die Strecken nicht so gut aussehen wie die anderen Strecken, weil für mich passt das jetzt zum Gesamtbild einfach nicht so zusammen. Das wirkt jetzt wie so ein, äh, so, nicht wie ein Klotz am Bein, aber wie so ein Zusatz, so ein Anhängsel, den man halt so eigentlich mag, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch zu beschreiben. Ja, und ich hoffe einfach, weil es gibt ja sogar Gerüste, das hab ich bei manchen YouTubern auch gehört, dass sie gesagt haben, ja, man will die Speichergröße gering halten, um vielleicht mal dann Retail-Version herauszubringen, um halt nicht auf eine größere Cartridge zuzugreifen. Gab's einige YouTuber, die haben diese Theorie aufgestellt, ähm, ich mein, Nintendo hat eigentlich selber Kontrolle, by the way, über ihre Softwaregrößen, und für die kostet das, denk ich mal, am wenigsten Geld, als wenn sie das jetzt einem Podesta oder einem Ubisoft jetzt da verkaufen wollen, die Karten. Ähm, also, tut nicht weh, eine 16-Gigabyte-Karte zu nehmen statt einer 8-Gigabyte-Karte. Aber wenn es wirklich so wäre, nur wegen diesem Aspekt, dann wäre das schon enttäuschend, aber ich glaube gar nicht mal daran, ich glaube, es ging einfach um die Zeit. Und Nintendo hat einfach, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man für die Strecken jetzt ein Jahr lang gebraucht hat, ich glaube, das Projekt ist jetzt, weiß nicht, vielleicht Ende 2021 dann so, ja, wurde damit begonnen. Und deswegen gibt's jetzt das Spiel natürlich auch in Wellen, weil man jetzt nebenbei noch an den letzten Strecken wahrscheinlich arbeitet. Ich denke mal, Welle 2 und 3 ist auch schon fertig, dass man jetzt halt noch den Rest macht. Ja, schwieriges Thema. Aber ich muss zugeben, wenn's um Bewegtbilder geht, also wirklich, wenn du im rasenden Zustand bist, bin ich zufrieden. Aber ich verstehe alle andere Leute, die sagen, okay, passt überhaupt nicht zum Gesamtbild und grafisch sieht's überhaupt nicht gut aus. Ja, also ich denke, das würde ich auch so eins zu eins unterschreiben. Es ist schon so, dass das Wichtigste einfach neue Strecken sind. Bringen wir's auf den Punkt. Also die Strecken, die sehen vielleicht jetzt nicht so geil aus, aber die Freude überwiegt einfach, dass wir wieder neue Strecken bekommen haben. Zumal das an unserer Position, wir haben ja beide den Expansion Pass, dass wir, also dieses Erweiterungspaket für den Online-Modus. Und wir müssen ja nichts mehr, nicht mal dafür was bezahlen, ja, also wir bekommen das quasi umsonst obendrauf. Natürlich bezahlen wir das Online-Abo, aber du weißt, wie ich's meine. Und da überwiegt halt einfach die Freude, dass man jetzt quasi gefühlt umsonst diese neuen Strecken fahren kann und ein bisschen neues Leben in dieses eh schon unfassbar gutes Spiel eingehaucht wird. Es wirkt auf mich trotzdem wie so eine schnelle Lösung, die sie jetzt sich ausgedacht haben. Um, ähm, ne, vorher nicht eingeplante, längere Laufzeit der Switch, ähm, auch durchhalten zu können. Weil ich bin mir relativ sicher, im Hintergrund sind die Arbeiten an Mario Kart 10 schon mehr oder weniger soweit, dass sie sagen könnten, okay, nächstes Jahr bringen wir's. Ähm, aber sie wollen das halt wahrscheinlich wirklich als den System-Seller für die nächste Konsolengeneration herausbringen. Da bin ich mir mittlerweile so sicher. Ja, und, ähm, deswegen wollen sie dieses Spiel so gesehen nicht auf der Nintendo Switch verschenken, wo man, ähm, die Leute nicht mehr für, ähm, die Hardware begeistern muss. Weil die Leute, die jetzt noch keine Switch gekauft haben, die, ähm, haben in der Regel mit Mario Kart 8 einen Anreiz. Und da ist Mario Kart 10 kein weiterer Anreiz für die, dann doch die Nintendo Switch zu kaufen, ja. Also, das, das, das ist für die einfach nicht mehr zwingend notwendig. Und deswegen ist es halt jetzt irgendwie, ähm, ganz nett von Nintendo uns gegenüber, dass sie da jetzt versuchen, halt nochmal, ähm, Mario Kart 8, den absoluten Bestseller, ähm, so ein neues Leben einzuhauen, dass man halt auch wirklich sagt, okay, die nächsten zwei Jahre passiert immer wieder was Neues. Und, ähm, die Zeit ohne ein neues, richtig neues Mario Kart fühlt sich so halt nicht ganz so lange an. Und sie tun dem Franchise was Gutes, ja. Also, der Hype, der zu dem ganzen Franchise bleibt halt so mehr oder weniger erhalten. Ähm, ähnlich wie das bei Super Smash Bros. ja jetzt auch die ganze Zeit war. Wir tauschen quasi den neuen Smash Bros. Charakter mit neuen Wellen in Mario Kart. Also, ich gehe da wirklich davon aus, es gibt ja drei große Nintendo Directs pro Jahr, wenn sie das, diesen Rhythmus jetzt einbehalten mit, ähm, Frühjahr, E3 und Herbst. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir jetzt in den nächsten fünf Nintendo Directs, die dann halt kommen, immer eine neue Mario Kart-Welle zu sehen bekommen. Und das wird für mich jedes Mal eines der Highlights sein, weil ich halt einfach Bock habe zu sehen, welche Strecken als nächstes kommen. Gab's nicht Data-Miner, die haben schon gesehen, was das ungefähr geben wird? Es gibt durchaus, also, es ist nichts irgendwie in Stein gemeißelt und man wüsste dann auch nicht, in welche Reihenfolge die kommen, aber es gibt durchaus Gerüchte zu den ganzen Strecken, die da schon, ähm, alle erscheinen werden. Ähm, was muss man ab, wenn diese Gerüchte warst du? Ja, es gibt ja, es wurden ja schon anhand des Banners, wurden ja auch schon Strecken erkannt, die ja auch vollkommen werden, ne? Und die Leute sind ja total krank. Wobei, ähm, das ist keine hundertprozentige Bestätigung, weil es gibt zum Beispiel, ähm, Koopa Beach, die Strecke vom Nintendo 64, die siehst du beim Sunshine Airport, also die Strecke, die es schon auch in Mario Kart 8 gab, die siehst du im Hintergrund. Also wenn du, ähm, da gibt's eine Flugpassage kurz vor Ende der Strecke und da kannst du im Hintergrund so ein paar Inseln erkennen und eine Insel ist halt wirklich eins zu eins die Strecke vom Nintendo 64 und ganz viele haben halt auch gedacht, naja, das ist ein Hinweis auf, ähm, die N64-Strecke und so, aber die kam nie. Okay. Also, das ist, ähm, kein, kein einhundertprozentiges Commitment, dass es tatsächlich auch, äh, die Strecke dann auch im DLC geben muss, aber es deutet natürlich einiges darauf hin, dass wir vielleicht dann noch eine Vanilla Lake-Strecke bekommen. Also wenn ich mir so ein bisschen hier mal die Leaks, also Anführungszeichen Leaks anschaue, dann sehe ich auf jeden Fall, dass wir wahrscheinlich in jedem Cup eine Standard-Marokatur-Strecken kriegen, also wie sowas wie Tokio, dann gibt's da anscheinend noch Sydney, Vancouver, Los Angeles. Ich würde Berlin, by the way, ziemlich abfeiern, ne? Berlin, ein Mall-Kart-Spiel. Also ich, ich mag am, am meisten mag ich tatsächlich die Vancouver-Strecke, weil die hat ja auch dieses Schneethema, ähm, wenn ich mich recht entsinne, da, da gefällt mir die Stimmung dann wieder, das ist halt dann wieder was Besondereres, ja? Also nicht einfach nur eine, eine, eine taggelle Stadt, sondern, ich meine, bei, bei der Paris-Piste haben sie es ja auch geschafft, durch eine besondere Lichtstimmung da so ein bisschen mehr Charakter einzuhauchen mit den, auch mit den Heißluftballons. Ähm, bei Tokio, Drift heißt es, glaube ich, ähm, da ist es denen misslungen, aber ich glaube, die Umsetzung von, ähm, äh, Vancouver, Velocity heißt es, glaube ich, ähm, die würde mir, glaube ich, schon sehr gefallen, weil ich einfach Schneestrecken immer, immer relativ gut finde. Ich mag die meisten Schneestrecken und auch die ganzen Donkey Kong-Strecken finde ich super und die erinnert so ein bisschen an eine Donkey Kong-Strecke, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ja, kenne ich gar nicht mal. Ich merke gerade hier, ich merke, dass ich hier einige Strecken gar nicht mehr so richtig damals gespielt habe, ja. Aber ich freue mich darauf, ähm, ich bin mal gespannt, wann die zweite Welle kommt. Wurde dazu schon was gesagt von Nintendo? Ich glaube noch nicht, gell? Aber es... Nee, aber man kann sich's da wirklich denken. Wahrscheinlich im Juli. Ja. Und, genau, also wir haben jetzt eine im März, jetzt dauert's dann ungefähr vier Monate, also ich geh davon aus, so, ähm, Juli, August wird dann die zweite Welle kommen und dann eben so November, Dezember kommt die dritte Welle und dann geht's im nächsten März wieder weiter. Also ich denke, dass es relativ, ähm, standardmäßig auf das Jahr verteilen, dass man so gefühlt alle vier Monate in neue Strecken kommt. Ich muss trotzdem sagen, ähm, mich hat's wieder motiviert, Mario Kart 8 Deluxe anzumachen. Ich glaub, das ist auch das Ziel von Nintendo auf jeden Fall. Und ich hab auch wieder mehr Lust bekommen, online zu spielen. Ich hab jetzt seit Ewigkeit nicht mehr online gespielt. Ich will ja erst mal diese drei Sterne überall schaffen. Ich bin aber trotzdem irgendwie zu blöd dafür. Ähm, wenn ich das geschafft hab, spiel ich tatsächlich mal wieder ein bisschen online und da hab ich Bock drauf, ja. Aber ich will jetzt auch... Geht mehr, ey. Ich will aber trotzdem wieder Kirby jetzt weiterspielen. Gut. Goody. Genau. Dann könnt ihr gerne noch einen Kommentarbereich schreiben, wie findet ihr die neuen Strecken? Ihr könnt ruhig knallhart sein, ihr könnt eure Meinung schreiben. Wenn ihr sagt, oh, die Kritiken sind mir eigentlich so blöd, äh, sind mir viel zu blöd, ich find die Strecken total genial, äh, weil es halt noch einen Inhalt gibt, oder ihr sagt, boah, alle Crap, äh, total Mist. Dann schreibt es gerne, wir behandeln eure Kommentare gerne in unserem nächsten Towercast, beziehungsweise dann im übernächsten, weil nächste Woche kommt ja der vom Retro, aber ja. Goody. Genau. Dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.